Beginnend in der Grundhaltung, haben wir den Mund leicht geöffnet, die Zunge am Gaumen, atmen tief durch die Nase und langsam durch den Mund wieder auf. Wir atmen ein und aus. Für die nächste Übung bringen wir unseren Fuß mit dem Knie nach oben, weit oben und setzen den Hacken zuerst wieder auf den Boden ab, bevor wir das gleiche mit dem anderen Fuß wiederholen. Wir atmen tief ein und ab und ein und ab. Von hier können wir dann in zwei Positionen unseren Oberkörper ganz herindrehen, die Ellenbogen zusammen und die Hände nach außen. Achtet dabei besonders auf die Hüftbewegung. Die Hüfte wird vollständig gedreht, die Füße bleiben auf dem Boden aufgesetzt und mit aufrechten Knöcheln, soweit es geht. Hüftbewegung. Hüftbewegung.